Was ist für Sie der Grund dafür, dass es Truman bisher niemals gelungen ist, die wahre Beschaffenheit der Welt, in der er lebt, zu entdecken? Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns dargeboten wird. So einfach ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer gibt Ihnen das Recht, ein Baby zu nehmen und aus seinem Leben sowas wie eine Farce zu machen? Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Sie sich schon so melodramatisch in der Öffentlichkeit äußern... Wer gibt Ihnen das Recht, ein Baby zu nehmen und aus seinem Leben sowas wie eine Farce zu machen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.